Hallo liebe Musicalfreunde, heute habe ich mal wieder eine Neuigkeit für alle Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten unter euch, die mal wieder Lust haben, ihre Kleinen in ein Musical einzuladen. Denn vom 26.12.2018 bis März 2019 spiele ich nach Bibi Blocksberg wieder in einem Musical für Kinder mit. Und zwar in dem Musical Die Schneekönigin nach der berühmten Geschichte von Hans Christian Andersen. Ich spiele den Raben Karl, der mit seiner Frau Clara spielerisch durch das Stück leitet. Beide helfen der armen Gerda, ihren geliebten Kai aus den Fängen der Schneekönigin zu befreien und erleben auf dieser Reise spannende Abenteuer durch alle Jahreszeiten. Das Tolle, es ist wieder ein Tourmusical. Ja, gefühlt werden wir in ganz Deutschland zu sehen sein. Ob eine Stadt in eurer Nähe dabei ist und wann wir genau dort sind, das könnt ihr auf www.schneekönigin-musical.de sehen. Dort könnt ihr euch auch jetzt schon direkt Tickets sichern. Und wenn ihr nach der Aufführung noch im Foyer wartet, dann werden wir Darsteller auch für Autogramme und Fotos da sein. So, und jetzt mal schnell die Instagram App öffnen und mir dort folgen, dann werdet ihr uns in den Stories auch auf der Tour begleiten können. Wir freuen uns sehr auf euch. Bis dahin, euer Knichel.